herzlich willkommen zu der folge fischkopf tv hier ist der fischkopf und ich spiele mal wieder mit der honeyblum eine runde canon brawl ich habe übrigens letztes mal gelogen in der letzten folge es ist nicht die version 0 8 8 3 ist die version 0 8 3 4 0 8 4 0 8 übrigens starten wir mal in diesem bildschirm weil genau weil es eine andere welt ausgewählt als wie in der letzten folge und die honeyblum hat angst habe ich gehört ich hätte mal vorhanden weil du so schlecht bist letztes mal noch gar nicht geguckt hatte kommen wir hier die prinzessin hat ja dieses komische boot hier eine cool down timers a ten prozent shorter jawohl das heißt die ganzen für verschiedene leute hier die werden verschiedene perks haben das heißt aber auch ja du vergewaltigst ganz schön deinen controller kann das sein ich ja gedrückt das heißt aber auch dass die cool da uns noch länger sind wenn man nicht diese ische wählt richtig und dann schreibt man richtig rum also ich wäre richtig sauer wenn die noch länger werden ich frage mich wie man die frei spielt beziehungsweise ob sie überhaupt noch mehr gibt weil es ist ja jetzt ist ja erst version 0 8 0 8 4 4 ist die alpha version deswegen gibt es noch nicht so viele leute ich nehme jetzt die prinzessin nicht lang starken kopf und nacken wir nehmen natürlich die die balance mit nach der letzten runde wo ich honeyblum so hart weg gemacht habe habe ich das doch eigentlich schon mal haben wir hier den den laser tower freigespielt der ist natürlich total teuer aber wahrscheinlich auch total stark diesmal werde ich mitnehmen das brauchen wir ach so wir brauchen ja auf jeden fall die mine das ist wichtig ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß wo jetzt jetzt muss man sich entscheiden nämlich das hinter das und 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 den oder sehr schwierig ist es gibt sich gold ist schon hart ich habe nur die goldmine sonst nix du hast nur die goldmine also goldmine ftw sozusagen ja genau ich mache dich mit gold fertig dann nehme ich jetzt das hier wird und ich bin ready ich weiß nicht ja ich bin es auch einfach ich hab's getan okay was muss ich tun was muss ich tun was muss ich tun wieso kann ich das nicht anwählen ach so ich kann da ja noch gar nicht hoffentlich war ich klug ja ich vertreten natürlich ist sie schneller zu natürlich ist sie schneller als du ich kann noch nicht das muss schneller gehen das muss schneller gehen ich verarschen ich kann nichts ich kann nichts bauen ich auch nicht ich auch nicht ich auch nicht ich beeile dich doch mal du bist ja schon viel weiter als ich was wieso jetzt so und ich war so doof ich hab's verkackt ich will nicht aufgepasst hat ich ich bin hier team blau ja wir haben ich habe es falsch gemacht ich habe den laser genommen nämlich die welt ist glaube ich geeignet für laser ich glaube dieser welt auch mal was anderes ja ich kann schon ich brauche gut so okay komm schon zwei noch nicht ein noch kann ich das hierhin bauen was 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 denn ich weiß gar nicht wovon du redest jetzt brauche ich das überhaupt nicht das brauche ich gar nicht mehr das hat sie nämlich nicht was hat sie nicht was 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 hat sie nicht was ich weiß nicht nein ich brauche das shit upgrade das shit wo ist die kohle ich brauche die kohle ich kann nicht ohne kohle warum hat denn das so lange kohlen und die kanone hier hinten die ist so unnütz und jetzt nicht mehr das kann doch nicht wahr sein ich verstehe schon viel zu lange ich verstehe schon ich verstehe ich verstehe was du meinst zwei schilder dass alle schlau ich bin so schlau ich bin so unendlich schlau wie viel geld ich brauche das war jetzt echt scheiße oh nein nein nicht treffen das kann ich alles so knicken was man auch jetzt machen wir was ganz jetzt noch was ganz verrücktes ich glaube es geht los cool down ist viel zu lang wir machen hier ein upgrade du so machst ich so das ist ja mal gar nicht warum hat sich das alles so lange kugel da und haus ist gleich kaputt dein haus jetzt hat sie das schild umgeändert das war natürlich ganz schlau aber sie rechnet sich damit dass ich das war was mache ich denn was mache ich jetzt so kommt mal auf ob wir mal was vorbereitet und tschüss und tschüss gg krass wieso wieso warum weil ich noch ein schild gestartet das denn jetzt jetzt aber jetzt scheißdreck nein ich krieg ein du hast echt das war eine gute idee von dir ich sage es sehr ungerne sehr sehr ungerne und der laser der hat ja ein bisschen delay das heißt schießt los währenddessen fliegst du schon mal zum anderen turm und dann schießt der laser mach das schild weg und damit ein turm ich starte immer besser als du und dann kriegst du mich einfach du kleine das stimmt glümse weil ich einfach sehr sehr gut bin was ich höre dich nicht was ich muss auch sorry ich muss gerade weg ok dann sehen wir uns in der nächsten folge vielen dank fürs zuschauen leute wenn es euch gefällt gerne daumen hoch ansonsten sehen wir uns ja dann beim nächsten mal danke hannibloom tschüss